Der hat natürlich irgendwie exzellent vorgearbeitet, aber wird er unter Umständen mit ihm richtig den Schneid abkaufen? Was macht der denn? Und dann macht der den Start! Was ist denn da passiert bei Juli Meleski? Sonst fährt der alles in Protokoll einer Kanzlerin, der den Start war. Wir sind hier auf der zweiten Position. Zweite Position für Juli Meleski, hinter der Johann Christophersitz. Hansel auf der dritten Position, Start, auf der vierten, wieder auf der fünften, an Niklas Grönner, auf der sechsten. Der aus dem ganzen Start geht es immer nicht so richtig raus. Die Sonne steht natürlich jetzt außerordentlich schlecht für die Position, von der ich in der Strecke habe. Bei der dritten Position nicht. Jungs, das haben wir schon getrunken, von Juli Meleski, die in der Anrufe haben und wir auch mit einem sehr früten, mit einem ehrkommenden und herzlichen Länden. Timmy Hansen, Karko, muss ja wirklich jetzt aber schon wieder sagen. Verdammt doch mal, warum habe ich jemanden in Meleski vor der Nase? Das kann doch irgendwie nicht sein. Also, es wird so sehr schwer und schwer zwischen den beiden Jungs von der zweiten und der dritten Position. Juri Meleski in der zweiten und dritten Position für Juli Hansen, aber er ist in der dritten Position. So, er ist jetzt in der dritten Position. So, er ist jetzt in der dritten Position. So, er ist jetzt in der dritten Position. Wie heißt, ich wollte nur in der dritten Position und in der dritten Position, den wir als Joker hatten. Er ist dort in der dritten Position, wo die Timeshow in der dritten Position startet. Also, Er wird nicht hier geführt mit einer Zeit, deswegen gehe ich davon aus, dass das Auto gar nicht an den Start oder in der Startausstellung gewesen ist. So, er wird alle sich zu vorn, dass die Frau von der dritten Position steckt, was in der drittene ich noch einen dritten makeup. So, er wird sich die Rんな auf den dritten Position beherrscht. So, er ist jetzt ein dritten Position. Das scha Champagne ist mit Niklas Grünholtz. Das liegt auf der dritten Position. So, er wird jetzt in der dritten Position. So, es sieht, dass die Kare sind, die Lepsutage, die die Rennswerse werden richtig nach unten, und Niklas Grünholtz, die Hyundai i20, so es wird ziemlich auswärmen. Ich glaube, aber er ist noch in der 3. Position. Johann Christopher Fels in der 4. Position. Die ersten drei Harmonien. Timmy Hansen, der hat immer länger. Also, Samu hat gerade mal 6. Viertel Rückstand auf Hansen, auf die 4. Position. Timmy Hansen muss jeden Punkt, den er kriegt, muss er kriegen, auf jeden Fall. Aber Johann Christopher Fels in der 3. Karte, die wir haben. Und jetzt, meine Damen und Herren, wir sind auch gut ausgeübt, den er gibt es noch mit Grönholm. Den einen Grund der ersten 2. Karte, die wir heute zurückbringen. Silwedewski immer noch auf der 3. Position. Grönholm mit immer noch schleifendem hinteren Kurzflügler, der liegt am linken Hinterrad. Letzte Runde läuft. Natürlich geht Juli Wedewski hinter Johann Christopher Fels in und auch mit das Grönholm in die Jokeref-Section hinein. Es kommt ein 1. nach Hause. Natürlich, der Mann aus Schweden, der 3. Karte, der Weltmeister gewinnt. Johann Christopher Fels gewinnt. Der 1. Karte hier aus dem Nürburgring. Weiter wird Timmy Hansen. Dritter wird Juli Wedewski. Vierter wird Christian Samu. Fünfter wird Niklas Grönholm.